Servus, damit ein lautes Willkommen. Einstellungen, Audio, kommen wir nochmal weiter runter hier. Na, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ach, hier sind wir, gerade. Alles klar, wir müssen wieder rüber. Wir haben jetzt so einen Dulli dort bei uns mit drinnen rumhängen. Das bedeutet tun dann leider, dass wir den auch versorgen müssen. Reynolds haben wir, Wasser haben wir, Essen ist eher schlecht und Wohnraum haben wir auch. Leute, der muss irgendeinen Job machen, der sangen kann. Die außen aus der Lüft sind. So. Da könnte eigentlich Spaß auch machen. So, warte mal. Let's see all the sea flavor. Warte mal, was braucht ihr denn euer schön büch? Kleiner Garten. Wir brauchen Fotebele, liefere es halt. Fotebele kam einmal und kam ein. Es ist schön, dich zu treffen. Meine Wehrer sind nie zu verweilen. Warte beete? Warte beete Samen. Mal einmal. Wollen wir noch zum Böbel sagen. Böbel sagen. Ja, weil, guck mal hier. So, den müssen wir das jetzt nicht fahren. Ach, das ist gar nicht mehr sehr weit weg. ich helfe gern so kleiner kart was hat man jetzt noch tagebuch alte liefere leder sechs mal es werden wenn jeder garantiert kann er ja eigentlich auch mal jemanden über 30 reputations da können wir uns noch ein Das war ja klar, also in 50er Schritten geht das hier vonstatten. Wir machen erstmal eine Hegemonie aus Männern. Vorsicht? So. Dies, dies. Das ist... Kabulle! Be welcome. Whatever you need. I've got it. Goodbye. Ein Krach. Ah. Die Eier wollen wir jetzt schnell nach Hause. Da kann man den dann gleich mal ein paar Puten zuweisen. Der eine geht auf jeden Fall Wasser sammeln. Der andere müsste eigentlich irgendwie was sammeln, was zu essbar ist. Weil sonst ist schlecht. Die Frage ist, braucht der jetzt auch noch Eimer zum Wasser sammeln? Ja, das war doch. Ja. Da war noch ein Flodboer dabei. Das ist die Flodboer. Ich hab' den Pilz gebraucht, oder? Ach, ich hab' den Pilz gebraucht. Wie ist das? Ich hab' den Pilz gebraucht. Jetzt müssen wir nämlich die Zeug erledigen gehen. Ein Bär wirft natürlich auch was zu verschmacken. Und so ein Büffel erst recht. Der ist natürlich ordentlich im Fleisch. Wenn man dann mal so zapp zappapp. Wo ist der Kailauste? 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 Wette? Da steht Kauleiste. Kailauste? Kailauste? Guck mal, da ist schon der Erste. Da läuft... Oho... Ich hab' jetzt wirklich... Das hier ist ein... Ja, eigentlich... Das hier... Werkstatt. Na, eine Werkstatt brauchen wir jetzt nicht. Okay. Ja, Walden. Da könnt ihr einer einziehen. Da war ein Slot. Zuweisen. Erstmal. So. Was ist denn eine Gewinnung? Gewinnung. Gewinnung. Brunnen. Könnte der eigentlich schreien. Wisst ihr, die brauchen ja auch noch... Die Voraussetzungen dafür. Jagd. Ach, Jagdhütter haben wir ja. Stimmt. Äh, so. Jagd. Er braucht ja bestimmter Bogen, ne? Ja... Jagd. Äh. Es soll. Äh, ändå. Ich glaube auch ein Messer. Dann müssen wir da ein paar Messer einpacken. Was bauen wir denn alles für ein Messer? So, Reynolds Hammer. So, das Fleisch haben wir hier auch noch. Ein Messer im Laubefinden. Da brauchen wir auf jeden Fall Steine, würde ich behaupten. Ganz nach Feinwasser. Ich glaube, Stücke könnte man noch brauchen. So, jetzt gucken wir mal. Hätten wir schon mehr fertigen können. So ist es nicht. So, jetzt brauchen wir halt nur Wasser und Essen. Mit R so viel fertigen wie möglich ist. Alte Puttermesser. Ein Messer brauchen wir selber. So, das wir dann hier akkuitieren. Die Frage ist Essen. Wir müssen mal Essen nehmen und die mal. Essen mal verteilen. Weil die werden die sich nie hier rausnehmen. Weil sie wollen garantiert. Neues Level Produktion. Verteilen das mal an die Häuserlees. Wo die drin hausen. Hier wohnt einer drinnen. Da tun wir mal. Und dann muss ich das Fleisch rein schmeißen. Ja, du musst es dann an die verteilen. Solange du die Nahrungslaure hast, musst du das an die verteilen. Ich hoffe, die fressen eben die Haare vom Kopf. So, und dann doch die Häuser hier hinten noch. Müssen wir jetzt noch die Hacke-Dinger aus rein schmeißen. Die Nassers. Ich hoffe, dass die hier oder irgendwas bringen. Na, guck mal da. So, Messer. Tätigen. Das mit dem 8-Shot-Zustand nehme ich. Der Rest geht frei. Hallo. See you, Sir. So, jetzt muss ich eigentlich rauslegen, ne? So, Verwaltung. Ich bin mir sicher, dass die Druck reinhalten müsste. So, jetzt muss ich mal schnell zum Wassermann gehen. Ne, wir haben ja einen Fluss daneben. Eigentlich müssten die Wasser kriegen, aber... Das ist wahrscheinlich Eimos. Warte mal. So, hier auch. Ah, wir brauchen nämlich E-Molozid. Ah, wir brauchen nämlich E-Molozid. Das ist in Arbeit. Jetzt, wir brauchen einmal wie Blöde. Das ist in Arbeit. Die Eimer können wir wahrscheinlich in der Werkstatt herstellen. Das können wir auch selber machen. Das ist kein Problem. So. Okay. Äh. Da ist er. Da brauchen wir einen Bogen. Na klar. Doch, echt. Ne, nicht so. Die Eimer können wir auch selber aufstellen. Ich probiere es jetzt einfach aus. Ich werde es vermischen. So. So. Da ist das jetzt so. Das heißt jetzt so, weil er kein Material hat. So. Hier können wir bestimmt Eimer herstellen. Verwenden. Das Weide und Holz. Eimer. Die müssten erst. Da brauchen wir wieder Kletter. Nein, warte. Äh. Was ist das hier? Was ist das hier? Das brauchen wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen Bäume hacken. So. Eimer müssen wir brauchen, ne? Wir haben ja zwei Eimer vor. So. Das ist ja schon 16, aber wir haben ja schon mal einen hier an der Werze. Den einmal haben wir hier. Und dann müssen wir hier an der anderen. Tasche. Trinkschlauch jetzt. Mark Evans in古 owen, Then. Man Eva beiz Sack. So will das jetzt nicht nur wünden. Untertitelung des ZDF, 2020